Die 5 häufigsten Fehler beim Intervallfasten. Welche diese sind und natürlich auch, wie du sie vermeiden kannst, verrate ich dir jetzt in diesem Video. Hallo und willkommen zu Primal Lifestyle. Ich bin Ovi, dein Primal Coach. In diesem Video sprechen wir über das Intervallfasten, also 16 bis 24 Stunden am Stück nichts essen. Ich bekomme in meinen Ernährungstrainings von den Leuten immer wieder zu hören, vor allem am Anfang natürlich, dass sie sich da etwas schwerer tun. Das ist verständlich. Sie sind dann schnell mal unterzuckert. Das kann damit zusammenhängen, dass ihre Fettverbrennung nicht so schnell reagiert und sich nicht so schnell einschaltet. Oder einfach, dass sie einfach einen instabilen Blutzuckerspiegel haben. Da hilft das Intervallfasten. Man gewöhnt sich auch daran, wenn man das länger macht. Aber oft haben die Leute einfach Probleme, weil sie gewisse Fehler machen. Und diese gehen wir nun gemeinsam durch. Nummer 1. Schlechte Vorbereitung. Es macht natürlich einen riesigen Unterschied aus, ob meine letzte Mahlzeit, also bevor ich das Intervallfasten anfange, aus kurzkettigen Kohlenhydraten besteht, die schnell verdaut sind, wo der Blutzuckerspiegel dann aber auch schneller wieder im Keller ist. Und ich dann nach 3-4 Stunden schon eine starke Unterzuckerung habe. Oder einfach ein starkes Hungergefühl. Und ich habe vor, habe 24 Stunden zu fasten. Das kannst du dir vorstellen, das wird schwer gehen. Deshalb ist für dich die richtige Vorbereitung ganz wichtig. Und die sollte so aussehen. Du solltest genügend Proteine zu dir nehmen, weil Proteine ganz, ganz gut sättigen. Genauso wie Fett. Also proteinreich, fettreich. Beides geht in dieser Kombination auch ganz gut. Und Kohlenhydrate, vor allem wenn du da schnell mal merkst, dass dir die Kohlenhydrate abgehen, dann kannst du und sollst du auch ein paar Kohlenhydrate essen, also als letzte Mahlzeit. Aber da solltest du mehr zu komplexen, langkettigen Kohlenhydraten greifen. Idealerweise mit etwas Ballaststoffen. Die sind dann natürlich umso komplexer. Und da bleibst du sehr, sehr lange satt. Nummer 2. Ungünstiger Zeitpunkt. Wenn du das Intervallfasten über einen längeren Zeitraum regelmäßig durchführen möchtest, dann muss es zu einer Gewohnheit werden. Und es wird kaum oder nur sehr schwer zu einer Gewohnheit, wenn du das Fasten auf die Tage legst, die bei dir, wo du es nur sehr schwer durchführen kannst. Wo es dann richtig anstrengend wird. Wie zum Beispiel, du hast dir vorgenommen, jetzt am Montag immer zu fasten, aber Montag ist bei dir der anstrengende Tag in der Arbeit, wo du immer mehrere Besprechungen hast, wo du auch viel Stress hast, wo du dich etwas mehr konzentrieren musst vielleicht als an den anderen Tagen und du merkst, dass da die Arbeit vielleicht schon ein bisschen darunter leidet, dann kann es sein, dass du dann früher oder später das Fasten hier einfach wieder verwirfst. Viele Leute fangen zum Beispiel oft mit dem 16-8-Fasten an, also 16 Stunden nichts essen und 8 Stunden in diesem Zeitfenster dürfen sie meistens essen, was sie wollen. Und das versuchen sie dann jeden Tag durchzuziehen. Und dann wird es irgendwann mal richtig schwer, weil da einfach ein paar Tage dabei sind, wie zum Beispiel am Samstag, wo sie sich vielleicht dann mit irgendwen treffen wollen zum Mittag und was essen und dann geht das irgendwie nicht und dann sieht man der anderen Person beim Essen zu. Da wäre es dann, das ist eindeutig dann ein ungünstiger Zeitpunkt. Für die Leute wäre es besser, sie würden sich einige Tage freinehmen von dem 16-8. Wenn du das machst, du musst das nicht täglich machen. Du kannst drei, vier Tage in der Woche diese 16-8 machen, aber an den Tagen, an denen du dir das sehr gut vorstellen kannst, an denen du das Fasten in den Alltag sehr gut integrieren kannst. Viele können sich aber das 16-Stunden-Fasten drei bis vier Mal in der Woche auch nicht wirklich vorstellen. Für die wäre das nicht wirklich machbar. Kein Problem, du musst nicht jeden Tag oder jeden zweiten Tag fasten. Es reicht auch, dass du dir einen oder zwei Tage in der Woche suchst, wo das dann auch wirklich möglich ist, wo du das super in deinen Alltag integrieren kannst. Und wenn das der Sonntag ist, dann mache ich meistens meinen Fastentag, also 24 Stunden den ganzen Sonntag durch. Das klappt super. Dann habe ich zum Beispiel unter der Woche nochmal ein oder zwei 16-Stunden-Tage. Das klappt auch gut, aber ich variiere die Tage. Je nachdem, was mache ich an dem Tag, was habe ich zu tun, was habe ich zu arbeiten, was mache ich nebenbei, treffe ich mich mit Freunden oder nicht. Und so geht es. Und so wird es auch zu einer Gewohnheit. Und ja, schau einfach auf den richtigen Zeitpunkt. Kommen wir zu Nummer drei. Nährstoffmangel. Es kann sein, dass wenn du sehr viel fastest, jeden zweiten Tag für 24 Stunden oder du machst die Warrior-Diet, jeden Tag nur eine Mahlzeit am Tag oder einfach nur das 16-8 jeden Tag. Vielleicht klappt das bei dir. Vielleicht ist das schon eine Gewohnheit. Alles, alles gut. Dann solltest du umso mehr darauf achten, dass die paar Mahlzeiten, die du dazu dir nimmst, wirklich alle Nährstoffe beinhalten, die du brauchst. Sonst kommt das einfach schnell zu einem Nährstoffmangel. Dir gehen wichtige Mikronährstoffe ab. Dein Stoffwechsel kann hier nicht mehr gut funktionieren. Oder deinem Körper fehlen hier vielleicht wirklich zu viele Kalorien auf einmal. Du bist immer stark im Defizit. Deinem Körper fehlt hier vielleicht auch sehr viel Eiweiß. Und es kann sein, dass du Muskeln abbaust. Es kann sein, dass dein Stoffwechsel sich hier nach unten reguliert, weil dein Körper ein bisschen in diesen Hungermodus hineinkommt. Okay, da musst du hier ein bisschen entgegenwirken. Und deshalb bin ich immer eher so der Verfechter von dem Fasten, wo du da immer wieder auch Tage dabei hast, wo du wieder mehr isst. Okay, also besser wäre es oft, du fastest wirklich nicht jeden Tag, aber hast dafür bewusst einige Tage, wo du deinem Körper wieder alles gibst, was er braucht. Okay, mal mehr Gemüse am Teller, mal ein bisschen mehr Eiweiß. Ballaststoffe, Omega-3, gute Fette, mal ein paar gute Nüsse, ein paar Nüsse dazu und sowas. Auch ein paar Mal wieder mehr Kohlenhydrate, damit dein Kohlenhydratsspeicher hier nicht immer unten am Limit kratzt. Verstanden? Damit du hier einfach in keinen Nährstoffmangel hineinkommst und dein Stoffwechsel sich hier nicht nach unten anpassen muss. Okay, kommen wir zu Nummer 4. Zu viel Stress im Sitzen. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Pass genau auf. Wenn du dir zum Beispiel denkst, du fastest an einem Montag, weil du da sehr viel Stress hast, und wenn du Stress hast, hast du sowieso keinen Appetit, keinen Hunger. Das ist bei vielen Leuten der Fall, weil wenn du höhere Cortisolwerte hast, also mehr Stresshormone im Blut, dann wird Glucose aus der Leber verfügbar gemacht und kommt dann in den Blutkreislauf. Das heißt bei dir, dein Blutzuckerspiegel steigt. Wenn du da viel in Bewegung bist und auch viel tust körperlich, dann verbrennst du diesen Zucker auch wieder. Dann passt es auch mit dem Fasten. Aber wenn du hier viel sitzt, dich wenig bewegst, du aber zum Beispiel einen massiven negativen Stress verspürst, dann verbrennt sich dieser Zucker halt nicht so schnell und es wird Insulin ausgeschüttet, das Speicherhormon. Und dann kann es sein, dass du hier über den Tag verteilt immer wieder längere Zeiten hast, wo Insulin lange bei dir im Blut bleibt. Und solange du eine gewisse Menge Insulin im Blut hast, funktioniert deine Fettverbrennung nicht richtig. Aber genau darum geht es beim Intervallfasten. Natürlich kannst du jetzt sagen, du fastest, damit du am Ende des Tages mehr Kalorien verbrannt hast, als was du aufgenommen hast. Über die Nacht kann dann der Körper das eher aus dem Fettdepot rausziehen und so. Alles, alles gut. Aber das Fasten sollte viel mehr sein als eine reine Kalorieneinschränkung. Beim Fasten geht es auch darum, den Insulinspiegel mal wirklich runterzudrücken, dass die Fettverbrennung mal richtig angekurbelt wird und wieder lernt, sich in Zukunft dann rechtzeitig einzuschalten. Also pass an diesen stressigen Tagen mit dem Intervallfasten besonders gut auf. Entweder du achtest dabei darauf, dass du dich hier ein bisschen bewegst und ein bisschen vielleicht einfach auch, zum Beispiel wenn du viel zum Telefonieren hast, einfach gehst, spazieren gehst. Deine Telefongespräche, sage ich mal, an einem Spaziergang durchführst. Oder du legst dir an so einem Tag einfach keinen Fastentag und schaust, dass du einfach genügend auch isst und vielleicht auch mehr Proteine, weil beim negativen Stress kann es auch sein, dass hier Eiweiß abgebaut wird, dass du hier wirklich an Muskulatur verlierst, wenn du wirklich für längere Zeit sehr viel starken Stress hast. Deshalb vielleicht an dem Tag eher darauf achten, dass du vielleicht ein bisschen mehr Eiweiß isst und einfach deinem Körper alles gibst, was er braucht. Gut, kommen wir zum fünften und zum letzten Punkt. Die Überkompensation. Ein häufiger Fehler, der sehr vielen Anfängern passiert, aber auch Fortgeschrittenen, weil sie es einfach übersehen. Damit meine ich, dass wenn du Fastest und jetzt wirklich zum Beispiel für 16 Stunden nichts isst, dann kannst du trotzdem, wenn du der Meinung bist, du kannst dir denn 8 Stunden essen, was du willst, kann es trotzdem sein, dass du hier mehr Kalorien isst, was du dann insgesamt, also was du dann am Tag insgesamt verbrannt hast. Und dann kann es trotzdem auch zu einer Gewichtszunahme kommen. Auch wenn das hormonell ganz gut war, wenn du hier längere Zeit nichts gegessen hast, weil der Insulinspiegel mal unten war, kann es trotzdem sein, dass du am Ende des Tages eher ein Kalorien-Plus hast statt ein Minus. Und das kann schnell mal passieren, wenn du einen sehr starken Hunger verspürst, wie das nach längerem Fasten so ist, und du dann aber unkontrolliert und sehr schnell isst. Vielleicht auch eine gewisse Mahlzeit zu dir nimmst, die sehr viele Kalorien beinhaltet. Obwohl, das wäre nicht so sehr das Problem, weil du verbrennst ja an dem Tag schon sehr viel. Also kannst du dich und sollst du dich nach dem Fasten auch ruhig satt essen. Das ist kein Problem. Nur die Frage ist, ob du hier nicht doch etwas über die Stränge schießt. Ob du nicht überkompensierst. Wie zum Beispiel, dass du dann einfach in kürzester Zeit wirklich sehr viel isst. Wenn du sehr schnell isst, wenn du nicht gründlich kaust, dann kannst du in kürzester Zeit sehr viele Kalorien zu dir nehmen. Und dann kannst du einfach die ganzen positiven Effekte vom Fasten hier wieder zunichte machen. Das war es mit den heutigen Tipps. Ich hoffe, dieses Video kann dir weiterhelfen. Wenn ja, dann freue ich mich über ein Like. Oder ein Abo, wenn du neu auf meinem Kanal bist. In diesem Sinne wünsche ich dir noch alles, alles Gute mit den Tipps heute. Und wir sehen uns im nächsten Video.